Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Vera City oder VRA oder wie auch immer man es ausspricht. Ein bisschen genauer an, wurde es sich komischerweise sehr sehr oft gewünscht, aber nachdem ich da mal ein bisschen so geguckt habe, wundert es mich nicht, dass ihr alle das so ein bisschen auf dem Schirm habt. Bevor wir jedoch uns den Chart ein bisschen genauer angucken mit potenziellen Buy-Songs, wo könnt ihr einsteigen, auch möglicherweise mit Trades, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten gerne auch einen Kommentar mit euren Altcoin Wünschen unten abgeben, welche Altcoins ihr euch noch wünscht. Und wenn ihr das Ganze auch traden wollt oder auch kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. So, jetzt gehen wir aber rein in die Analyse und zwar fangen wir an, mal so ein bisschen auf CoinMarketCap zu gucken, was VRA momentan so mit MarketCap und sowas zu tun hat. Also wir haben momentan einen Kurs von 0,005 US-Dollar Cent, eine MarketCap von 53 Milliarden, also 53 Millionen, sorry. Ich habe das Ding lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe damals den Hype mitbekommen, war glaube ich damals noch investiert und bin dann irgendwann rausgestiegen und habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber durch eben diese geringe MarketCap und weil sich auch bei einem Projekt noch einiges tut, verstehe ich jetzt auch, worum ihr da so ein bisschen hyped wart auf dieses Video beziehungsweise worum ihr euch das so sehr gewünscht habt. Man muss hier aber dazu sagen, wir haben derzeit nur eine Circulating Supply von ungefähr 10%, also das heißt, es kommen noch 90% auf den Markt. Muss jetzt nicht unbedingt was mega bearish sein, aber nur mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen stört. Aber ansonsten können wir hier schon wieder fast von einem Low Cap sprechen. Wenn wir unser All-Time-High hier bei knapp 9 US-Dollar Cent hatten und jetzt sind wir hier bei 0,005 US-Dollar Cent, ist auf jeden Fall ein bisschen Chance da. Schauen wir uns mal den Chart an. Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wo wir momentan traden. Wir hatten auch hier ähnlich wie bei eGold, was wir uns heute Morgen angeguckt haben oder heute Mittag besser gesagt, nach unserem Pump hier auf knapp 0,009 US-Dollar Cent einen starkeren Abverkauf mit zwei sehr, sehr starken Wigs. Den ersten dann relativ zeitnah geholt mit einem noch stärkeren Wig. Das heißt, wir haben hier so eine ähnliche Situation wie bei Bitcoin, wo wir die ganze Zeit immer versucht haben, die Wigs immer noch mal abzufischen. Das gleiche Spiel haben wir auch hier. Also das heißt, kurzfristig würde ich hier noch mal abwarten, wer das traden will. Hier zumindest mal noch diesen Docht hier unten, dass wir den füllen, weil hier ist sehr, sehr viel Volumen auch drin und der ist viel, viel zu groß, um nicht beachtet zu werden. Also dass man sagen kann, okay, nee, wir schieben den ein bisschen beiseite. Dafür ist er leider dann doch ein bisschen zu groß und wir haben natürlich einen potenziellen Abwärtstrend. Wir bilden weiterhin keine höheren Hochs, wir bilden eher tiefere Tiefs. Auch hier in den letzten Stunden hat sich hier an diesem Chart eigentlich überhaupt nichts geändert. Man sieht es auch hier, wir sind da an diesem Hoch wiederum gescheitert. Wir haben zwar kurz einen Wig drüber geschafft, aber eben nichts nachhaltiges. Das heißt, der Abwärtstrend ist auf jeden Fall noch da und wir könnten hier eben diesen Wig hier noch füllen und dann mit neuer Kraft den Abwärtstrend nach oben hindurch brechen und eine kleine Aufwärtsrallye auf jeden Fall starten. Das auf jeden Fall mal zu kurzfristig. Schauen wir uns mal so ein bisschen das Gesamtbild an. Dieses sieht jetzt auch nicht wirklich mega bullish aus. Wir hatten hier im Dezember 2021, also vor knapp einem Jahr, unseren Boden oder unseren vorläufigen Boden, man weiß ja nie, was noch kommen kann, aber unseren vorläufigen Boden hier bei 0,002 Cent erreicht und dann ging es schlagartig nach oben hier auf knapp 1 Cent nach oben hin. Also hier innerhalb von ein paar Wochen 5x, dann kam die Korrektur in den Bärenmarkt, dann wieder so eine kleine Aufwärtsrallye jetzt in den letzten Wochen mit der potenziellen Alt-Con-Season, die wir damals hatten und es ging wieder nach unten. Man muss hier aber auch dazu sagen, natürlich haben wir hier knapp 2x gemacht, aber so richtig Fahrt ist hier noch nicht in den Chart aufgekommen. Wenn wir uns das mal angucken, eher so übergeordnet erinnert mich das Ganze so ein bisschen an Chainlink, auch wenn diese übergeordnete Seitwärtsphase auch jetzt schon seit 11. Mai, also gleiche Phase wie bei Chainlink, andauert. Das heißt, wir haben hier eine riesige Akkumulationsphase, die sich hier derzeit bildet, beziehungsweise gebildet hat und auch natürlich auch potenzielle Chancen bietet. Nur sehe ich Chainlink, damals haben wir hier aggressiv akkumuliert bei jedem Dip. Muss man halt bei VR immer noch dazu sagen, wie gesagt, 10% nur auf dem Markt. Weiß ich nicht. Wir haben hier eine sehr, sehr geringe Market Cap von 53 Millionen mittlerweile nur, aber wie gesagt, die Chance ist auf jeden Fall da. Wenn wir uns jetzt auch mal hier das Fibble von unserem Tief zu unserem Hoch setzen, sehen wir auch, okay, wir versuchen hier immer das Golden Pocket zu testen, sind daran gescheitert und gehen dann immer noch mal Richtung 0,786er. Das heißt, für alle, die hier möglicherweise noch mal rein investieren sollten, die ganze Box, die zeichnen wir jetzt mal eben ganz kurz ein, also ich sage jetzt mal, dieser ganze Bereich hier, diese Box und die untere Box, die eigentlich nur so ein bisschen schattiert ist und diese Bereich. Das sind so die zwei Akkumulationsboxen. Sollten wir hier runter gehen auf jeden Fall, wäre das eine Zone zwischen 0,0036 bis 0,0041 und dann hier oben kommt es eben darauf an, wie wir dann hier oben bei knapp 0,09 Cent dann nach oben hin ausbrechen. Das ist die Breakout-Zone, das ist die Akkumulationszone, aber die ganze Box eignet sich meiner Meinung nach für einen Bullrun dann, um hier zu akkumulieren. Das heißt, hier würde ich jetzt gar nicht explizit, wie so bei Elrond oder wie bei VeChain oder sonstigen Coins, auf spezielle Zonen warten, sondern diese ganze Box hier ist halt einfach eine schöne Akkumulationsbox. Natürlich ist es eine Box von 58%, aber ihr erinnert euch an Chainlink, das war jetzt genau das Gleiche. Da hatten wir, glaube ich, sogar 60 oder 70%, wo wir immer diese Schwankungen hatten und trotzdem war es, sobald das Breakout war, ein impulsiver Anstieg. Und dieser impulsive Anstieg hier war nur mal, wenn wir jetzt vom jetzigen Stand ausgehen, nur mal von hier und wir kriegen ungefähr das Gleiche wie bei Chainlink hier hoch in das übergeordnete Golden Pocket, während es auch knapp 3x, das heißt hier 286%, würde auch sehr, sehr gut mit der Ineffizienz hier oben abschließen. Natürlich, ich mache es immer so, bei 100% gehe ich raus, das heißt, ich ziehe meinen Einsatz raus und lasse das Ding dann einfach laufen, dann wäre der zweite Take Profit hier oben im Golden Pocket. Das ist auch momentan, muss man fairerweise so sagen, erst einmal auch so das Bullish-Ziel. Ihr kennt es bei eGold, bei den anderen Coins, ich gehe momentan eher so als Ziele erstmal nur das Golden Pocket an, weil wir nie wissen, ob ein Altcoin in seinem zweiten Bullrun auch wirklich nochmal das All-Time-High erreicht. Was mir hier Hoffnung macht, ist, dass hier sehr, sehr starkes Kaufinteresse in diesem Zielbereich hier momentan gekommen ist. Das heißt, es ist Interesse da, mehr als in den letzten Monaten. Ihr erinnert euch, da drüben, wo wir dann wirklich mal unser All-Time-High hatten, hier bei knapp 8 oder 9 US-Dollar Cent, sogar da hatten wir weniger Volumen als jetzt. Also es wird stark akkumuliert, es wird stark nachgefragt. Das heißt, die Zone hier auch in diesem Preisbereich würde ich mir jetzt sogar persönlich überlegen, ob ich es in meinem Portfolio raus habe. Ich habe noch kein VRA, das ist aber für mich, für ein Low-Cap hier schon wieder interessant, dass wir 53 Millionen, könnte sich hier wirklich nochmal eine Chance ergeben. Ansonsten zweite Kauforder oder wem das jetzt alles zu riskant ist, dann halt auch hier jetzt in diesem Preisbereich 50% rein und dann hier unten in diesen größeren Zonen weitere 50%. Dann verteilt ihr ein bisschen das Risiko, könnt ein bisschen vielleicht auch mit eurem Mindset umgehen und alles ist gut. Aber wie gesagt, für einen Bullrun-Ziel-Minimum oder für mich jetzt das erste Mal ist das Golden Pocket, sind zwar nur 300%, aber gut, ist besser als auf dem Konto rumliegen zu lassen, so in der Art, weißt du. Und ansonsten, wenn wir nochmal das All-Time-High erreichen sollten, dann wären wir schon bei 16x, also 1600%. Ist aber meiner Meinung nach viel zu hoch angesetzt. Erstmal das Golden Pocket, dann die Bestätigung und dann können wir darüber weiterreden. Gerne mal eure Preisziele unten in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr von VRA? Habt ihr es im Portfolio? Wolltet ihr es euch jetzt ins Portfolio holen? Schreibt es gerne unten rein und natürlich auch weiterhin eure Altcoin-Wünsche. Dann war es das von heute für mich, dann war es das heute von mir, für euch. Und ja, wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.